Unruhen, Kriege, Pandemien, Finanzkrisen, Wetterkatastrophen und Hungersnöte. Die Welt versinkt im Chaos. Dass diese Krisen nicht aus der Luft entstehen, sondern von langer Hand von einem freimaurerischen Netz geplant und gewollt sind, hat Klartv bereits in vielen Sendungen aufgezeigt. Die neue Klartv-Sendung 12 Vertuschungsaktionen von Klartv-Gründer Ivo Sasek ist in zahlreichen Sprachen auf Klartv verfügbar.